hi hi noch nie war so ein brauner karton so schick aber das liegt nicht am karton von außen sondern das liegt am inhalt denn ich habe wieder mal was er steigert bei 24 7 germany und zwar beim daniel mit mozart und beethoven es war wirklich sehr unterhaltsam hat sehr viel spaß gemacht und ja was er steigern konnte ich auch nicht alles was ich wollte schade hier fehlen nämlich noch ein paar turtles ein paar zwei aber ich konnte schon einiges steigern coole sachen vor allem und zwar einmal ach da haben wir die zwei sachen ich glaube zwei waren es einmal das zweier set von apple und foot solcher ich guck mal dass es nicht blendet ist ein mega cooles set ein mega cooles paket mit einem kleinen diese kleinen aliens hier unten das spiegelt ein bisschen man muss genau hingucken da ganz unten die waren ja auf der pizza mega cool dass sie dabei sind finde ich richtig geil der foot solcher hat hier auch ein bisschen beschädigt das sieht ein bisschen anders aus ist auf jeden fall sehr cool und die apple so wie man sie kennt aus dem cartoon original halt so finde ich auch im allerbesten alles was danach kam war in meinen augen keine apple mehr aber das ist mega cool die gefällt mir richtig gut dieser richtig gut geworden hat auch tollen inhalt tolle sachen dabei ich finde die haben die also die haben die apple wirklich mega gut umgesetzt ja die war gar nicht mehr so günstig zu bekommen aber eine apple gehört einfach dazu in die sammlung dieses set fehlt mir noch ich weiß nicht warum ich das nicht wie ich das verpassen konnte irgendwie nicht daran gedacht von super seven habe ich die nämlich super seven von 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 turtle in time habe ich die genau deswegen habe ich das komplett verpasst naja naja unsere gute apple einmal dieses set dann als zweites natürlich auch turtles und zwar donatello und krang auch natürlich zum cartoon gucken wir dass wir das drauf kriegen so furchtbar mit dem blenden aber man sieht sie ja später dann ausgepackt noch viel viel besser mega coole kleine krang mit seinen ja roboter anzug hier hier auch noch mal die anderen turtles donatello mega coole set ich glaube das war es dann auch zwei zwei sets habe ich bestellt genau das ist nur noch papier so das waren die zwei turtle da sehe ich gerade die verpackung ist ein bisschen anders der schriftzug aber beide zum cartoon zwei martinisch mit new turtles doppelt pack zum cartoon eine mega coole figuren reihe finde ich auf jeden fall gefallen mir sehr gut apple und donatello dann bis zum nächsten mal bis dahin bei bei bis zum nächsten mal eben diese nächsten mal zum nächsten mal also bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.